dein blut hat die gabe angenommen hallo trixie da bin ich überhaupt bereit ich weiß es nicht der schießstand kann ich das hier kann man schießen an einem stand danke fürs folgen an ace dragon und big den wagen sind unbegrenzt verfügbar noch dazu basierend auf dein ergebnis verdienst du mit denen du spitzen preise gewinnen kann gegen talisman mir erst mal einen schoss baller auf sie ein bis er bestimmte bedingungen erfüllt auf ich kann doch nicht gut schießen kann ich die preise irgendwo sehen ist es relevant was für preise gibt es denn da hier oder wo hallo darlin mach ich das jetzt mal das du zwischen den ganzen kleinen fischen nicht die großen übersiehst nachladen So geht das. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin voll der Gute, wa? Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Muss ich das, muss ich das denn machen? Hat das irgendwas, bringt mir das irgendwas? Achso, ich brauche mindestens drei, oder was? Machen wir noch einmal. Mindestens 7000. Oha. Mit, mit Controller ist das doch, oh. Ist doch gar nicht schaffbar, oder? Mit Controller. Ja, Digga. Ja, ich habe eher nachladen müssen. War das gut? Biii. 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 Jetzt weiß ich, aber dank ihr weiß ich wenigstens, welchen Charakter ich hier spiele. Schnell, schieß mir ins Gesicht. Biii. 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 Ui. Quitschrin just subscribed. Habe ich noch nie gehört, aber vielen lieben Dank. Ich habe die Lena jetzt gestummt. Zum einen, um sie zu ärgern. Und zum anderen, weil ich nicht möchte, dass hier jemand meinen echten Namen rausschreibt. Das weiß sie aber auch. Da habe ich keinen Bock drauf, auf sowas. Spessle hin oder her. Oh oh. Shit. Verdammt nochmal. Oh. Ah. Na, mein Hübscher. Heute schon eine Eichel gelutscht. Aua. Semmelpimmel, Semmelpimmel. Ich bin halt einfach schon fast... Ich habe einen scheiß Gegner begegne ich und ich bin schon so... Ich überlege jetzt schon wieder, mein Leben zu überdenken. Benutzt das. Heile dich. Granate. Und tot. Der kann hier klettern. Das wird laut. Das war jetzt nicht so clever, aber okay. Geht aufs Haus. Oh. Doppler der Oma. Arsch. Judo Kick. Und... Oh. Das war nur was für Son Goku. Hä? Die lebt noch? Ich habe sie... Kann ich das wieder aufheben eigentlich? Ein Moment, schnell. Moment, Moment. Wo waren die... Wo ist denn die jetzt? Ist die weg? Kann man einer den... Kann man das stumm jetzt wieder aufheben? Ich wollte sie ja eigentlich nur ärgern. Ich wollte sie ja jetzt nicht wirklich für 10 Minuten stumm schalten. Hoppala. Hoppala. Ich treffe heute... Ich treffe halt gar nichts heute. Ah. Hässlinger. Oh oh. Du warst Vorbesteller? Ne, ich habe das nicht vorbestellt. Ich wusste, ich kaufe es mir, wenn es da ist. Und ich bin einfach schon wieder fast tot. Oh. Jetzt habe ich einen Talisman, der mich mit Eiern versorgt. Sieht nicht gut aus. Ne, ist er halt echt nicht. Und ich glaube, ich höre wieder auf. Ich glaube, ich mache heute einen Tag Urlaub. Vom Zocken. Ja, frage ich mich auch. Ich bin halt einfach... Mann. Mann, Sandra. Sei mal nicht so zickig. Das ist halt... Das ist halt... Wir haben aber mal komische Tage dabei. Das ist halt einfach so. Ich fühle mich ja nicht gut dabei, weißt du. Oh, eine Viper. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Was ist denn heute los? Alter. Au. Was war das? Ach so, die... Oh, das sind gleich zwei. Jawohl. Nein. Ja. Boah, unbesiegbar. Gut. Ist die Händlermission auch erledigt? Messern? Kann man die messern? Das weiß ich doch nicht. Oh. Ich werde gerade ganz zu... Ich werde gerade ganz krank. Ich werde gerade ganz, ganz krank. Ich bin so traurig. Ah, da ist so ein blaues irgendwas, gell? Muss man kaputt machen, da drin. Hä, das ist wieder fast vergessen. So. Eigentlich würde ich gerne zum Händler, wenn ich ehrlich bin. Und schnell die Aufgabe abgeben. Nee, einfach nur spontanes Versagen meines Lebens. Alles lässt gerade nach. Komme ich da wieder hin? Oder bin ich hier jetzt auf ewig gefangen? Ist das der Weg zurück? Das ist doch nicht der Weg zurück. Doch, das ist der Weg zurück. Hier soll ein Schatz sein. Unten. Ah, hallo. Okay. Mein Schließen... Na, so alt bin ich auch noch nicht, dass ich inkontinent werde. Also noch kann ich meine Backen zukneifen, bevor es rausflutscht. Das kriege ich hin. Aber schön, dass du dir so Sorgen machst über mich. Das finde ich toll. Über mich und meinen Schließmuskel. Ich kann dir gerne tägliche Updates zukommen lassen, wie so mein Schließmuskel steht. Können wir gerne machen. So, da brauche ich Fuel. Vielleicht wenigstens das Benzin nach. Fuel. Oh, da, 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 da. Schau mal, wenn es sich nicht bewegt, funktioniert es auch. Komme ich da in das Haus rein. Bam. Tatsächlich kenne ich den Abschnitt hier aber, weil, äh... Ich den Abschnitt bei, in der Demo von irgendwen, der das mal gestreamt hat, schon gesehen habe. Zumindest weiß ich, wo das Benzin ist. Das weiß ich schon, nur komme ich mit meinem Skill heute irgendwie nicht klar. Das ist mein Problem. So, jetzt gehe ich schnell die Aufgabe abgeben. Dann ist das nämlich erledigt und dann geht es mir innerlich ein bisschen besser. Gelbes Kraut ist für Leben, aber das hätte ich gern. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Deine Kohle oder dein Lied. Was mich nervt, ich hab das... Ich hab das ja gestern bei der Wanny gesehen. Die hat hier schon voll viele Waffen gehabt. Und ich? Ich nicht. Das geht mir auf den Piss. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Komm, jederzeit wie... Das nervt mich. Ich will auch so viele Waffen. Wo hatten die das Geld dafür her? Die cheatet doch. Kann ich mir gar nicht anders davor stellen. Das war eindeutig gecheatet. Das erklärt auch, wie sie eine Stunde rumstehen konnte und trotzdem im Spiel vorwärts gekommen ist gestern Abend. Das kann gar nicht anders da sein. Niemand kann das sonst. Blöd rumstehen und trotzdem Fortschritt verzeichnen. Das ist völlig unmöglich. Das war wieder dumm. Ach ja, wer von euch möchte meine Unterwäsche kaufen? Nur mal so am Rande gefragt. Wo ist denn... Achso, das ist das da unten. Na, dann müssen wir jetzt dahinter. Und einmal über den See. Kasimodo ist am Start. Ich grüße dich. Vielleicht vorher schon mal durchgespielt? Nee. Nee, nee. Also das Original wahrscheinlich. Aber nicht das Remake. Ich glaube, dass sie einfach gecheatet hat. Weil sie hat ja einen ähnlich schlechten Skill wie ich, was Treffen angeht. Also muss sie cheaten. Anders überlebt man hier nicht. Oh oh. Gesundheit. Dankeschön. Ist das gefährlich, wenn ich hier im Wasser rumlaufe? Da war doch vorhin so ein riesiges... Hast du das gehört? Ein riesiges Viech. Oh, ich höre schon wieder komische Spanisch sprechende... Es piepst. Boah. Ah, kick, 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 kick. Fangen's, Alter. Bin Winnie-Pooh, der Killer. Oh, die kann man ja wirklich messern. Oh, nice. Boah. Ja. Da, da, da. Ah Stirb, du Pasteten-Joe Ich habe einen Fische Forellenbarsch, cool Au Noch ein Barsch Ein fetter Barsch für den Arsch Was piepst denn da so? Au Du kleine Hure Dankeschön Mit The Last of Us Das ist eine gute Frage Ganz ehrlich, wenn ich wieder einen Nerv drauf habe Weil die Das ist echt schwierig The Last of Us ist ja nicht gerade einfach Aber es wird auf alle Fälle weitergehen Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich Resident Evil 4 Austesten möchte Wo piepst denn das? Kann der da oben mal nicht so ein Arschloch sein? Natürlich spiele ich es zu Ende, Leute Selbstverständlich werde ich es zu Ende spielen Ich habe ja selber Ich höre hier komische Geräusche Ach, da oben Oh oh Warte, ich muss nachladen Klar spiele ich es zu Ende Da braucht ihr euch keine Sorgen machen Das ist ja mal Selbstverfreilich Da ist ein Schatz Den habe ich gar nicht gesehen Und dann ist da hinten noch so ein blaues Medaillon Durchtesten Ja, halt so Ja, genau Du hast es ja fast Ah, da Was ist denn heute mit TikTok los? TikTok ist kaputt, oder was? Ah, da Gott, the Vogelnest in die Ass So, dann einsammeln Nee, ist gar nichts passiert Seit dem Schießstand Ich meine Ich spiele hier Das soll schon passieren Computer sagt nein Piepst ja immer noch Und wo ist dieses blaue Ding? Ja, sag mal Na, hör mal Es piept Schön langsam, mein Freund Und wo ist jetzt hier das Ich weiß, dass das sich aufgeregt hat Aber komm mal runter Komm runter Hey, ich stehe doch Sag mal Ich stehe doch genau vorher Und ich da runter, oder was? Und dann mich da so durchsneaken Kathi, schön, dass du da bist Okay Davon brauche ich wohl ein paar Nice Das habe ich auch selber gesehen Du brauchst es nicht kommentieren Ich bin nicht dumm, du Arsch Okay, da hinten gibt es das Benzin Schau mal Ich scheitere ja schon an so einer Scheißschlange, Alter Wie soll ich denn dieses Spiel schaffen? Ich bin einfach überfordert Sonst noch irgendwas? Nö Aber Computer Computer sagt nein Könnte ich eigentlich auch als Äh Da ist er Habe ich schon drauf gewartet Hühnerei Jetzt mit 100% mehr Energie-Regeneration So ein Kilomet Geht bei uns beim Frühstück Im Durchschnitt weg Weil es geil ist Und schmeckt Und ist lecker Habe ich hier irgendwas vergessen? Kann man hier noch was sammeln? Ich gehe mal da hoch Bam Schakalakalaka Da hinten ist ein Feind Deaktivierte Falle du- d 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 m. Und wenn die kleine machen. Jetzt Nummer 5. I never wanna hear you say. I want it that way. Gänsehaut. Totale Gänsehaut. Es war Nummer 5. Er hat meinen Bruder umgebracht. Au! Ich liebe diesen Sound. Sorry Lena, ich wollte es nicht so lang machen. Ich wollte dich eigentlich nur kurz darauf hinweisen. Bitte nicht Namen liegen hier. Erst recht nicht den kompletten Namen. Ich glaube, dass du spinnst. Du kannst ja gleich noch meine Adresse reinschreiben. Dann mach ich hier einen auf Drachenlord. Du Pimmel. Nee, von mir aus. Hans darfst du von mir aus gerne hin und wieder mal reinschreiben. Auch wenn ich das nicht mag. Aber gleich den ganzen Namen. Du musst privat von beruflichem trennen. Das ist ganz wichtig. Um was es denn im Spiel geht? Naja, es geht darum, dass wir komische spanische Einwohner fett den Hintern versohlen. Nee, so ganz habe ich die Story auch noch nicht verstanden. Irgendwelche Polizisten sind gestorben. Jetzt sind wir da. Und uns wurde irgendwas injiziert. Und jetzt haben wir irgendwie Kacke am Dampfen. Aber warum weiß ich noch nicht. Und also so. Ja, will ich auch hoffen. Gah? Lena, Bena. Ja, mit meinem Hund Gassi gehen. Da könnte ich tatsächlich mal ein paar Leute brauchen, die das tun. Dann hätte ich mal mehr Zeit. Für den Rest in meinem Leben. Hauptsache töten. Eben. Den Arsch wund machen. Ist die Wanni eigentlich noch da? Oder ist die jetzt selber live gegangen? Wenn sie nett ist, raide ich sie vielleicht heute nochmal. Ich benutze das. Finde ich das letzte Teil auch noch hier irgendwo? Oder nicht? Das ist meine große Frage. Äh, Australian Shepherd. Kann mir das jemand beantworten? Ist die Wanni noch da? Wanni Banni? Bist du noch da? Kannst du mir das beantworten? Oder ist die schon weg? Oder lurkt sie nur? Lurk lurk? Du glaubst nicht? Die kann ja nicht reinkommen und wieder gehen. Das ist doch unhöflich. Man muss doch mit mir reden. Ich habe gestern extra auf Schlaf verzichtet. Frechheit. Muss ich hier gleich mal einen Hassbrief schreiben. Per E-Mail. Dann gehe ich jetzt... Einen Dackel... Eieiei. Ich wurde mal von dem Dackel gebissen. Moment. Mein Arbeitshandy macht Faxen. Was willst du von mir? Habe ich was zu tun? Zu tun habe ich immer was, aber... Nee. Trixi, aber du bist Teil meines Herzens. Nein, ich verlange gar nicht, dass man schreit. Nur weiß ich, dass die Wanni an dieser Stelle schon war. Darum geht es. Die hat das ja alles hier schon gespielt. Die ist ja weiter als wir. Ähm... Und ich wollte nur wissen, ob man... Wo ich diesen Talisman herbekomme. Aber jetzt bin ich ja schon weitergegangen. Ist schon egal. Jetzt kommt ein Boss. Jetzt kommt ein großer, großer Fisch. Ja, bist du denn ein schwimmender Pimmel? Aber sowas... So, jetzt muss ich glaube ich irgendwas machen, oder? Ich will den eigentlich gar nicht töten. Ich finde den toll. Aha. Ich finde den voll süß. Stell dir mal vor, du hast den in deinem Aquarium daheim. Alter. Ah, was mache ich? Hilfe, 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 Hilfe. Und es wird ruhig. Oh. Hast du einen Mordshunger, hä? Ja, Mann! Habe ich wirklich. Baum! Ah, noch ein Baum! Ah, noch ein Baum! Ah! Ja, aber wo er halt immer hinwirft. Wo er halt immer hinwirft. Wo bist du denn? Und weiter geht's. Oh, das war in die Eier. Komm schon. Jetzt stirb. Alter, wie viel hält denn der aus? Ja, geil. Ich treff natürlich wieder nichts. Alter, es geht halt noch. Ich treff mich. Ja, die Möglichkeit besteht. Ich werde auch früher kommen. Ich habe bloß geschlafen. Ich muss ja arbeiten auch, mein Lieber. Ich weiß, dass ich heute auch wieder spät dran bin. Aber ich schaue, dass ich wieder früher komme. Ich werde jetzt die nächste Zeit eh nicht mehr so oft, weil, wie gesagt, ich habe jetzt seinen Geburtstag. Meine Family kommt ab morgen Abend oder übermorgen Abend vorbei. Das heißt, ich werde abends nicht mehr so viel Zeit haben. Aber normalerweise bin ich ja 19 Uhr so was schon da. Bloß bin ich eingeschlafen. Deswegen hat es länger gedauert, weil ich mit meinem Leben nicht mehr klarkomme.